Hei Leute, herzlich willkommen zurück! Mein Name ist Chardon und jetzt geht's weiter mit The Walking Dead! Das letzte Mal sind wir ja knapp dieser Zombieherde entkommen und befinden uns jetzt in diesem Raum mit diesen netten Pärchen hier. Und ich soll den Raum durchsuchen. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Alles klar. Er soll den Raum durchsuchen. Das mach ich jetzt eben auch. Ich glaube Crawford hätte sie trotzdem bekommen. Ich glaube, der Welt hat damals so freiwillig gefühlt. Es ist krank, aber... Denk an all dem Schmerz, den sie evtlten. Das Haus ist auch voll. Bleib ruhig. Hier, wie schauen wir hier aus? Die Straßen sind voll. Hundert davon. Wir gehen nicht aus dieser Tür raus. Vielleicht ist der Weg raus. Was ist das für einst? Das ist das für einst. Da sind nichts außer als persönliche Beine hier. Aber es ist lustig, wie wir von den Straßen verbleiben können, wenn wir vorsichtig sind. Los geht's. Das ist sicher richtig angenehm mit seinem Arm. Aber ganz angenehm. Lass uns weitergehen. Beide hier aufzuhalten. Ja, sie haben noch nicht gelernt, ob sie aufzuhalten können, oder? Es ist gut, dass du hier stehst. Bist du bereit, was zu kommen? Ich habe viel Schmerz in mir, Lee. Ich möchte, dass ich noch ein bisschen davon rauskriege. Hast du das Walkie-Talkie? Ja, natürlich. Du möchtest, dass du ihm einen Telefon geben möchtest und sagst, dass wir ihn für ihn kommen. Ja, genau. Beide aufzuhalten, hier. Ich werde da niemals drüber gehen. Niemals. Nee, komm. Oh man. Es wird so in die Hose gehen, Leute. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich vertraue dem ganzen Simon. Okay. Riverstreet ist gerade drüben. Nein. Möhe der Schmerz, voll von Walkern. F*** das Scheiße. Und zwar jetzt, ich sehe, keiner dieses Dach könnte... Lass uns hier raus, jetzt. Ja, das. Lass uns weiter gehen, du Lolligagger. Oh, das. Oh, f***. Well, ich bin sehr entschuldig. Wir müssen zurückkommen. Das ist unsere Leibflüge. Aber wir können diesen Mann ohne ihn finden. Und was wenn wir nicht? Wir brauchen alle clue, die rauskriegen. Lee ist richtig. Ich bin sehr entschuldig. Es ist egal. Freund, wir müssen nur herausfinden, wer da drüben ist. Christophe! Jesus Christus! Ich habe es. Geh mich hoch. F***, wir können nicht erreichen. Findet etwas, schnell! Passend wäre gut. Habe ein f***er Blick auf sie. Das hilft aber sicher nicht, oder? Ne, dachte ich mir schon. Äh, hier vielleicht. Guten Tag. Was ist da? Einen Farbeimer. Ja, der Eimer, der bringt's. Obwohl, doch, da kann er sich draufstellen, ne? Ne, das ist n... Hm, kannst du auf einen Eimer? Ich bin auf einen Eimer! Jawohl, auf einen Eimer stellen, oder? Was ist das? Pfosten. Ein Vollpfosten. Oh, ja. Halt dich an das! Wir holen dich ab! Gut, danke. Halt dich hochwerfen, bevor du verreckst. Das wär unheimlich freundlich. Scheiße! Schuhe hier hoch, Baby! Los geht's! Schuhe! Komm, komm! Schuhe! Ich hab dich, Junge! Schuhe sie! Geh, geh, geh! Kannst du mich überhaupt hören? Geh, Kenny! Nicht sterben, Kenny! Ich hol dich da raus, wenn ich sie da irgendwie noch rausbekomme, rechtzeitig. Komm, komm! Na endlich! Geh, Kenny! Spring! Du musst rennen! Wo bist du? Schuhe hier, Kenny! Ich hol dich! Ich bringe mich auf den Weg! Kannst du mich nicht auf dich? Wir gehen nach ihm. Wir können nicht. Wir müssen. Wir werden! Wir müssen. Wir müssen. Wo ist er? Vielleicht, vielleicht er ran. Vielleicht der Mann ist alles gut. Vielleicht wird er uns finden. Was, wenn er nicht? Er ging da nach unten für dich. Ich weiß, er hat er. Er... Eine kurze Schweigeminute für unseren verstorbenen Freund Kenny. Okay, das reicht. Offenbar. Okay. Willst du... sprechen? Kenny war mein Freund. Alsbald jemand stirbt, müssen sie nicht sofort ihre Sünden vergeben. Es wird zumindest eine Stunde mehr im Torium. Ich verstehe. Das ist ein schütteres Zeit. Aber ich will sicher, dass wir klar sind, bevor wir weitergehen. Was ist das? Jetzt mit Kenny, weg. Das bedeutet, dass ich Omeid und ich muss sicher bleiben. Für sie. Ja, du bist. Ich mache mich alle die Räste. Das ist nicht das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was wir machen. Wirklich? Doch, tut es. Doch, tut es. Wer geht zuerst? Du bist der Leiteste. Er hat eine geschlossene Legge und... ...und du schaust für zwei. Ich bin natürlich nicht so hart. Die Entscheidung macht sich nicht selbst. Ich gehe zuerst. Insofern, was alles da passiert ist. Ihr beide geht zuerst. Das ist die beste... Oh Gott. Was ist denn das für eine bescheuerte Wirklichkeit? Das Ding ist verrostet. Und dünn. Und... Und... Ne, das ist definitiv keine gute Idee, Leute. Das Ding wird definitiv eingebrochen. Aber ganz definitiv. Almost da. Es ist eine einfache Kursung. Gut. Genau das Ding. Oh, fuck. Genau das Ding, mein Freund. Shit. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? I'll figure something out. There's not a ton of options. Hmm. Fuck it. I'm going for it. Going for it? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich bereits bitten bin. Ich muss nur aufhören. Was ist das? Aber vielleicht hast du es schnell genug gemacht. Vielleicht wird es gut. Ich kann nicht mehr Zeit verlieren. Findet ein Boot. Wir treffen uns in der Stadt. Ein Boot? Wir müssen noch aus der Stadt kommen. Ich werde Clementine treffen und treffen dich. Was wenn... Nicht, was wenn... Ich werde dich treffen. Was hat denn das jetzt hier? Oh shit, ich habe gerade gesagt. Jetzt geht es aber los hier. Willkommen her, mein Freund. Mach euch alle kalt. Ich bin der einarmige Olonze. Ich bin der einarmige Olonze. Sie sind damit THYIS! W safety Normale. Ich bin derart. Es ist taktisch. Ich bin derart. 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 Oh oh, ich habe doch gerade gedrückt, Jesus Christ. Aber eine coole Szene, definitiv. Mit Maus wäre es eventuell ein bisschen einfacher. Guten Tag, Sir. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Dankeschön. Jetzt machen Sie schon Platz hier. Aha. Ei, ei, ei. Jetzt geht es aber los. Es sind ja viele. Wie soll ich denn... Ich sehe doch nicht mal was. Oh, Jesus Christ. Das war ein netter. Netter Schlag. Beziehungsweise Schnitt. Verpacken. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Jemand da? Vielleicht? Ne? Guten Tag, Sir. Irgendjemand? Muss doch jemand hier sein. Ja, was gehört.